Die Welt hat in den letzten Jahren den Tod einiger geschätzter Persönlichkeiten wie Michael Kuskuna beklagt. Von renommierten Musikern bis hin zu bekannten Künstlern begeisterten und motivierten ihre Fähigkeiten Millionen. Bitte liken und abonnieren Sie unseren Kanal, damit Sie dabei sein können, wenn wir die Menschen ehren und gedenken, die am Montag, dem 22. April 2024, verstorben sind. Michael Kuskuna Er wurde als Jazzmusiker in den Vereinigten Staaten berühmt, als die Labels Blue Note und Mosaic seine frühen Aufnahmen neu auflegten. Er begann in den 1970er Jahren als Regisseur für Atlantic Records und wechselte dann im Laufe seiner Karriere zu anderen Positionen. Zu dieser Zeit leitete er die Plattenproduktion für eine Reihe berühmter Künstler, darunter das Art Ensemble of Chicago und David Brubeck. Anschließend arbeitete er mit Motto Un zusammen und nahm in den folgenden Jahren Musik für ABCS Impulse Label auf. Er war für die Zusammenstellung zahlreicher Blue Note Plattenbibliotheken verantwortlich. Sängerinnen wie Tina Brooks können dadurch ihre Konstanz bewahren. Als er 1982 zusammen mit seinem Blue Note Künstlerkollegen Charlie Lurie die Firma Mosaic Records gründete, hatte er die Absicht, ganze Alben in für das Unternehmen einzigartigen Plattenboxen neu aufzulegen. Impulse, eine Abteilung von Blue Note und Fervo Music Group, die einst Teil von GRP war, war ein weiterer Ort, an dem er weiterhin an Neuauflagen arbeitete. Für seine Beiträge zu den Lina Notes der LPS des Miles Davis Quintet, die auf CD neu aufgelegt wurden, wurde er mit einem Grammy geehrt. David Prühe Er hatte einen erheblichen Einfluss auf die amerikanische Politik. Neben seiner Tätigkeit als Senator war er von 1975 bis 1979 Gouverneur von Arkansas. Prühe war Kongressabgeordneter für Arkansas im Repräsentantenhaus, bevor er 1972 in die Hauptstadt des Landes zog. Er wurde 1974 zum Gouverneur von Arkansas gewählt, nachdem er von der Demokratischen Partei nominiert worden war. Er brauchte nicht nur die Unterstützung seiner Partei, sondern musste auch den Unmut des ehemaligen Gouverneurs Orval Faubus überwinden. Um eine Kandidatur für den Senat in Erwägung zu ziehen, trat Gouverneur Prühe nur wenige Tage vor seiner Amtseinführung am 3. Januar 1979 zurück. Am 14. Januar 1975 trat er sein Amt als Gouverneur an. Seit 1976 vakant, wurde er in diesem Jahr wiedergewählt. Als Präsident konzentrierte er sich auf die Überarbeitung der Verfassung von Arkansas. Am 20. April 2024 verstarb David Prühe friedlich in seinem Haus in Little Rock. Um 9.80 Jahre älter. Siegfried Kirschen Er war Schiedsrichter und Funktionär des Deutschen Fußballbundes. Bei vier WM-Spielen war er Linienrichter und Funktionär. Er ist der von Deutschland ernannte Offizielle, der die meisten Weltcup-Veranstaltungen überwacht. In der Bundesliga-Saison 1991 betreute er zwei weitere Spiele. Im ersten dieser beiden Spiele traf der VfB Stuttgart auf den FC Bayern München, im zweiten traf der Hamburger SV in einem Lokalrivale auf den FC St. Pauli. Nach Angaben des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit soll er am 30. Oktober 2006 ohne Lizenz gearbeitet haben. Im Laufe von zwei Jahrzehnten verübte er unter dem Pseudonym Friedrich eine Vielzahl gezielter Morde. Ungeachtet dessen wurden die Vorwürfe von den Behörden wiederholt widerlegt. Antonio Cantafora Als Schauspieler hatte er in Italien große Erfolge. Cantafora erhielt Unterstützung von Alessandro Fersen bei der Verfeinerung seiner schauspielerischen Fähigkeiten. Im Jahr 1967 begann er seine Karriere in der Filmbranche. Eine Reihe von Spaghetti-Western und Action-Komödien mit Michael Cobby und Paul L. Smith in den Hauptrollen katapultierten sie nach ihrem Debüt zum Star. Bis 1973 hatte Smith eindeutig Elemente aus den Filmen von Terence Hill und Bud Spencer in sein eigenes Werk integriert. Aus diesem Grund begann er, kritischere und anspruchsvollere Aufgaben zu übernehmen. Darüber hinaus begann er, immer mehr Fernsehsendungen für die internationale Ausstrahlung aufzuzeichnen. Am 20. April 2024 schied Antonio Cantafora im Alter von 80 Jahren in Rom aus diesem Leben.